Heute auf HistoryBlog die Weimarer Republik mit ihrer Entstehung, ein paar politischen Punkten und dem Verlauf in drei Phasen von 1918 bis 1933. Die Entstehungsphase beginnt zum Ende des Ersten Weltkriegs. Im Oktober 1918 stand die Kriegsniederlage Deutschlands bereits fest. Dennoch befahl die Leitung der deutschen Flotte am 24. Oktober 1918 in eine letzte Schlacht gegen die britische Royal Navy zu ziehen. Auf diesen Befehl reagierten die Matrosen in Wilhelmshaven am 30. Oktober aber mit einem Aufstand. Dieser Aufstand breitete sich schnell über ganz Deutschland aus und führte zur Novemberrevolution. Am 9. November spitzte sich dann die Lage zu. Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, beide Sozialdemokraten, hatten erfahren, dass Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausrufen wollte. Aus Angst vor sowjetischen Verhältnissen verkündete Reichskanzler Max von Baden daraufhin seinen eigenen Rücktritt und die Abdankung des Kaisers. Friedrich Ebert wurde zum neuen Reichskanzler und Philipp Scheidemann rief die Demokratische Republik aus. Wenige Stunden später rief dann aber auch Karl Liebknecht die Sozialistische Republik aus. Um mit diesem Konflikt der doppelten Ausrufung eine Lösung zu finden, bot Ebert der USPD an, der Übergangsregierung beizutreten. Da Karl Liebknecht mit dem Spartakusbund Teil der USPD war, zeigte er sich zunächst einverstanden. Am nächsten Tag, dem 11. November 1918, wurde der Waffenstillstand von Compiègne geschlossen. Nach wochenlangen Vorgesprächen wurde der Waffenstillstand in einem Eisenbahnwagen bei Compiègne unterschrieben und der Erste Weltkrieg war endgültig beendet. Nachdem die Novemberrevolution zunächst ruhig verlief, kam es im Dezember in Berlin zu den sogenannten Weihnachtskämpfen. Regierungstruppen und Matrosen lieferten sich blutige Kämpfe, da die im November gegründete Volksmarinedivision verkleinert werden sollte und bestimmte Sollforderungen verweigert wurden. Schon im Januar dann der nächste Aufstand. Nachdem dem Berliner Polizeipräsidenten vorgeworfen wurde, Matrosen während der Weihnachtskämpfe unterstützt zu haben, wurde er am 4. Januar abgesetzt. Dies als Anlass genommen, kam es wieder zu Aufständen, denen sich Anhänger der USPD und KPD anschlossen. Ziel war es, die Wahl einer Nationalversammlung zu verhindern und eigene Räterepubliken zu errichten. Am 8. Januar aber gingen Regierungstruppen gegen die Aufständischen vor. Im Zuge der Niederschlagung des Aufstands wurden wenige Tage später auch die Anführer des Spartakusbundes Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verdeckt, ermordet. Am 19. Januar 1919 fand dann aber die Wahl zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung statt, bei der erstmals Frauen wählen durften und das Wahlalter auf 20 Jahre gesenkt wurde. Die Wahl gewann mit insgesamt 76% die sogenannte Weimarer Koalition, die aus SPD, Zentrumspartei und DDP bestand. Sie trat am 6. Februar erstmals in Weimar zusammen und wählte am 11. Februar Friedrich Eber zum Reichspräsidenten. Am 28. Juni 1919 unterzeichnete man den Friedensvertrag von Versailles. Inhalte des Vertrags waren Landabtretungen an Polen, die Czechoslovakie und Frankreich, die Entwaffnung des deutschen Heeres, Reparationen in Form von Zahlungen, Sach- und Dienstleistungen und die alleinige Kriegsschuld Deutschlands. Es folgt der wichtigste Meilenstein der Republik. Am 31. Juli 1919 nahm die Nationalversammlung mit großer Mehrheit die Weimarer Verfassung an, die nach der Unterzeichnung durch den Reichspräsidenten am 14. August in Kraft trat. Erstmals bestand in Deutschland nun eine parlamentarische Demokratie. Merkmale der Verfassung waren die Grundrechte, darunter erstmals die Gleichstellung der Frau, die Gewaltenteilung, die Volkssouveränität durch Volksbegehren oder Volksentscheide, die starke Stellung des Reichspräsidenten und die nicht vorhandene Sperrklausel für Parteien. Das Staatsüberhaupt der Weimarer Republik war der Reichspräsident. Er wurde unmittelbar vom Volk für jeweils sieben Jahre gewählt. Aufgrund seiner Machtfülle wurde der Reichspräsident auch als Ersatzkaiser bezeichnet. Er ernannte und entließ den Reichskanzler und auf dessen Vorschlag die Reichsminister. Er konnte den Reichstag auflösen und zeitlich begrenzt sogar bestimmte Verfassungsartikel aufheben. Weiterhin hatte er den Oberbefehl über das Militär. Dem Reichspräsidenten gegenüber stand der Reichstag, der das zentrale Organ der Weimarer Republik war. Auch der Reichstag wurde vom Volk gewählt und hatte entsprechende Kontrollmöglichkeiten gegenüber dem Reichspräsidenten. Die Parteien der Weimarer Republik reichten von einer sehr linken bis zu einer sehr rechten politischen Ausrichtung. Die meisten Parteien existierten bereits im Kaiserreich bzw. entwickelten sich aus Parteien des Kaiserreichs. Die acht wichtigsten Parteien waren Die linksradikale KPD, die sozialistische SPD, die Katholiken sprich Zentrumspartei und BVP, die Liberalen sprich DDP und DVP, die konservative DNVP und die später ins Spiel kommende rechtsradikale NSDAP. Da es für den Einzug in den Reichstag keine Sperrklausel gab, also eine bestimmte Prozentzahl an Wählerstimmen, die erreicht werden musste, zogen immer sehr viele Parteien in den Reichstag ein und machten eine Koalitionsbildung recht schwierig. Die Gründungsphase mit einbezogen kann die Weimarer Republik im Gesamten in drei Abschnitte eingeteilt werden. Die Krisenhaften Anfangsjahre von 1918 bis 1923, die Goldenen Zwanziger von 1924 bis 1929 und die politische und wirtschaftliche Destabilisierung von 1929 bis 1933. Schon während der Gründungsphase der Republik herrschte immer noch eine gewisse politische und wirtschaftliche Instabilität in Deutschland. Auf Seiten der Rechtsradikalen kam es zu Putschen und Anschlägen. So fand unter anderem der Kap-Lütwitz-Putsch statt. Die Ursache des Putsches war die im Versailler Vertrag geforderte Reduzierung des deutschen Heeres, so dass ab Sommer 1919 rund 200.000 Soldaten entlassen werden mussten. Der General Walter von Lütwitz verlangte daraufhin am 10. März 1920 von Reichspräsident Ebert die Rücknahme des Auflösungsbefehls. Ebert wies die Forderungen zurück und entließ den General, woraufhin dieser gemeinsam mit Wolfgang Kapp den Putsch der Soldaten organisierte und nach Berlin marschierte. Am 13. März setzte Wolfgang Kapp sogar die Reichsregierung ab und ernannte sich zum Reichskanzler. Die Regierung floh bis nach Stuttgart und erst nach fünf Tagen brach der Putsch zusammen. Im Juni 1922 verübten Rechtsradikale gleich zwei Anschläge auf Politiker. Das blausere Attentat auf Philipp Scheidemann, das dieser aber überlebte, und die Ermordung des Reichsaußenministers Walter Rathenau. Auch wirtschaftlich hatte Deutschland durch den Versailler Vertrag schwere Lasten zu tragen. Vor allem die hohen Reparationszahlungen belasteten die Wirtschaft, da Deutschland zum Teil gar nicht fähig war, bestimmte Zahlungen zu tätigen. Deswegen wurde am 16. April 1922 der Vertrag von Rapallo zwischen Deutschland und Russland geschlossen. Mit dem Vertrag nahmen beide Länder ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen wieder auf. Dabei ging es in erster Linie um die gegenseitige Unterstützung und den Verzicht auf Reparationen und Entschädigungen. Dennoch erschlechterte sich die wirtschaftliche Situation, woraufhin die deutsche Regierung die Reparationszahlungen einstellte. Daraufhin marschierten ab dem 10. Januar 1923 sogar 100.000 französische und belgische Soldaten in das Ruhrgebiet ein. Ziel war es, die dortige Kohleindustrie als Pfand zu sichern. Zeitgleich wurde aber die Bevölkerung des Ruhrgebietes aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Monatelang war nun die so wichtige Kohleindustrie stillgelegt. Dadurch verstärkte sich auch die bereits bestehende Inflation, da die Regierung die Löhne der Streikenden übernahm und das dafür erforderliche Geld einfach nur druckte. So kam es 1923 zur Hyperinflation, sodass sich Reichskanzler Gustav Stresemann gezwungen sah, am 26. September den Abbruch des passiven Widerstands zu verkünden. Das Ende des passiven Widerstands empörte vor allem die bayerische Regierung, die den Abbruch als Verrat sah. Aus Protest wurde Gustav von Kahr zum sogenannten Generalstaatskommissar ernannt und in ganz Bayern der Ausnahmezustand erklärt. Diese Situation wollte Adolf Hitler nutzen und durch die bayerische Regierung die Reichsregierung stürzen. So betraten Hitler und weitere Nationalsozialisten am 8. November 1923 den von der SA umstellten Bürgerbräukeller, in dem Generalstaatskommissar Kahr gerade über seine politischen Ziele sprach. Nach einem kurzen Hinterzimmergespräch verkündete Hitler gemeinsam mit Kahr, den er unter vorgehaltener Waffe zur Mitarbeit zwang, die nationale Revolution und erklärte die Regierung für abgesetzt. Aber bereits in der Nacht trafen Kahr und der Chef der bayerischen Polizei Maßnahmen gegen den Putsch, sodass der Marsch Hitlers am darauffolgenden Tag zur Münchner Feldhalle im Kugelhagel mit insgesamt 20 Toten endete und Hitler inhaftiert wurde. Die erste Phase endete mit der Währungsreform Mitte November 1923. Deutschland musste zurück zu einer stabilen Währung, sodass die Reichsregierung die Deutsche Rentenbank gründete. Diese begann ab dem 15. November 1923 die Rentenmark als neues Zahlungsmittel herauszugeben. Die Inflation war zunächst gestoppt. Der Zeitraum der zweiten Phase von 1924 bis 1929 wird auch als die goldenen Zwanziger bezeichnet, in denen die Wirtschaft den langersehnten Aufschwung nahm. Mitverantwortlich dafür war der Dawes-Plan, der am 9. April 1924 veröffentlicht wurde. Dabei handelte es sich um einen Finanzierungsplan von Charles Dawes, der die Höhe der Reparationsteilungen abhängig von der wirtschaftlichen Leistung des Deutschen Reichs machen sollte. Am 29. August stimmte der Reichstag dem Plan zu, am 1. September trat er in Kraft. Die mit dem Plan verbundenen Kredite und Investitionen führten zum erhofften wirtschaftlichen Aufschwung. Im Rahmen des Dawes-Plans wurde auch die Rentenmark, die ja nur eine Übergangslösung war, von der Reichsmark abgelöst. Ein Jahr darauf, am 26. April 1925, fand die Wahl zum ersten vom Volk gewählten Reichspräsidenten statt. Im zweiten Wahlgang gewann der 77 Jahre alte Paul von Hindenburg mit 48,3% der Stimmen. In dem Schweizer Ort Locarno verhandelten vom 5. bis zum 16. Oktober 1925 sieben führende europäische Staatsmänner die Verträge von Locarno, die als wichtiger Schritt für die europäische Sicherheitsfrage galten. Deutschland, Frankreich und Belgien verzichteten danach auf eine gewaltsame Veränderung ihrer Grenzen und Deutschland akzeptierte die im Versailler Vertrag festgelegte Westgrenze sowie die Entmilitarisierung des Rheinlandes. Mit Polen und der Tschechoslowakei schloss Deutschland Schiedsverträge, um Streitfragen knifftig friedlich zu klären. Ebenfalls in Locarno wurde der Beitritt Deutschlands zum Völkerbund beschlossen, der ein Jahr später am 8. September 1926 erfolgte. Durch die relativ stabile Politik und Wirtschaft erlebte auch die deutsche Kultur während der goldenen Zwanziger eine Blütezeit. So wurden der Rundfunk und der Tonfilm erfunden, wobei der Film zu einem wichtigen Massenmedium wurde und täglich ca. 2 Millionen Deutsche in Kinos lockte. Sportveranstaltungen wurden immer beliebter, Autorennen, Fußballspiele und Boxkämpfe zogen ebenfalls ein Massenpublikum an. Tanzveranstaltungen wurden sehr beliebt, getanzt wurden vor allem die amerikanischen Tänze Chimmy und Charleston, man hörte Jazz und Schlager. Im Bereich der Mode trugen die Damen im Zuge der Emanzipationsbewegungen, Kurzhaarfrisuren und außergewöhnliche Accessoires, die Herrenmode war klasse, dunkel und korrekt. Die zweite Phase endete mit dem Youngplan, der eine Art Überarbeitung des Dorsplans war. Der Dorsplan war für Deutschland nämlich langfristig nicht tragbar, da die Jahresrate der Zahlungen so hoch war. Die Reparationssumme wurde auf insgesamt 112 Milliarden Reichsmark herabgesetzt und sollte bis 1988 bezahlt werden, wobei die Jahresrate etwa 2 Milliarden Reichsmark betrug. Die positive außenpolitische Entwicklung in der zweiten Phase war in erster Linie dem Außenminister Gustav Stresemann zuzuschreiben, der von 1923 bis 1929 im Amt war. Er zielte durch seine Annäherungspolitik darauf, die außenpolitische Isolation Deutschlands aufzubrechen. So war er unter anderem maßgeblich an den Lucano-Verträgen und dem Völkerbundbeitritt beteiligt. Die Weltwirtschaftskrise, die durch den Schwarzen Freitag am 25. Oktober 1929 eingeleitet wurde, beendete die goldenen Jahre und leitete die letzte Phase der Weimarer Republik ein. Nach dem Crash der Börse in New York zogen ausländische Banken ihre Kredite aus Deutschland zurück, der Handel und die Industrie brachen ein und führten zu einer Massenarbeitslosigkeit. Die vielen Arbeitslosen überforderten die finanziellen Mittel der Arbeitslosenversicherung, infolgedessen die Regierung in einen Streit über die Erhöhung der Beiträge der Arbeitslosenversicherung geriet. Mehrere Lösungsansätze scheiterten und führten zum Rücktritt der Reichsregierung am 27. März 1930. Zwei Tage später, am 29. März 1930, ernannte Reichspräsident Hindenburg Heinrich Brüning zum Reichskanzler. Die Zeit der Präsidialregierung bzw. der Präsidialkabinette begann. Die Regierung war jetzt nicht mehr abhängig von der Mehrheit des Reichstags, sondern nur vom Vertrauen des Reichspräsidenten. Verordnungen, denen der Reichstag nicht zustimmte, wurden einfach mithilfe Hindenburgs als sogenannte Notverordnungen verabschiedet. Hindenburg hatte dadurch deutlich mehr Macht als zuvor, da die Reichskanzler fast nur noch durch Notverordnungen regierten und der Reichstag an Einfluss verlor. Da dies verfassungswidrig war, beantragte die SPD am 18. Juli 1930, die bisher zwei Notverordnungen von Brüning aufzuheben. Der Reichstag stimmte mit großer Mehrheit zu, woraufhin Hindenburg den Reichstag einfach auflöste. Am 30. Mai 1932 trat Reichskanzler Brüning dann aber zurück, da er Deutschland auch nach insgesamt 109 beschlossenen Notverordnungen nicht aus der wirtschaftlichen Krise holen konnte. Es folgte am 1. Juni 1932 die Präsidialregierung von Franz von Papen. Zu der darauf folgenden Reichstagswahl am 31. Juli 1932 wurde die NSDAP mit 37,3% erstmals stärkste Partei im Reichstag. Im Zuge dessen kündigte die NSDAP eine Zusammenarbeit mit Papens Regierung an. Hindenburg weigerte sich aber, Hitler zum Reichskanzler zu nennen. Schon am 17. November 1932 trat aber auch Franz von Papen zurück, da die politische Lage aussichtslos war. Hitler forderte erneut das Amt des Reichskanzlers, das ihm Hindenburg erneut verweigerte. Stattdessen ernannte er Kurt von Schleicher am 3. Dezember zum neuen Reichskanzler. Am 30. Januar 1933 stimmte Hindenburg dann aber doch endgültig der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler zu. Franz von Papen wurde Vizekanzler. Damit stand das Ende der Weimarer Republik fest, da Hitler seine Macht ausnutzte, um eine Diktatur zu errichten. Die Zeit des Nationalsozialismus und des Dritten Reichs begann.